Willkommen zu einem weiteren Artemis V Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie, wie Sie eine Reportvorlage für zusätzliche Pool-Elemente wiederholen. Damit haben Sie die Möglichkeit, einen Report schnell um weitere Berechnungen mit zusätzlichen Marken, Analysen oder Filtern zu erweitern. Für das aktuelle Beispiel wurde im Vorfeld ein Report erstellt, in dem drei Marken und eine Analyse gebunden sind. Wie Sie einen Report erstellen und als hrpx-Datei abspeichern können, erfahren Sie in einem separaten Tutorial. Mit einem einfachen Klick auf das Report-Element im Destination Pool erreichen Sie dessen Properties. Unter dem Punkt From existing report können Sie eine zuvor abgespeicherte hrpx-Datei auswählen, die als Reportvorlage verwendet werden soll. Ein Doppelklick auf das Report-Element im Destination Pool startet die Berechnung. Der Report wurde auf einer Seite mit einem Diagramm angelegt. Dabei ist eine Analyse für den linken Kanal der ersten drei Marken gebunden. Eine schnelle und komfortable Möglichkeit, weitere Ergebnisse in einem Report zu binden, haben Sie durch die Wiederholung des Templates für weitere Pool-Elemente. Aktivieren Sie diese Funktion vor der Berechnung des Reports im Properties Tool-Window. Durch Setzen eines Hakens können Sie zum Beispiel die Vorlage für eine Markengruppe wiederholen. Eine Markengruppe besteht in diesem Fall aus drei Marken, wie in Klammern angezeigt wird. Die Anzahl der Marken in einer Markengruppe wird durch die Erstellung des Templates festgelegt, ist also davon abhängig, wie viele Marken in dem verwendeten Template bzw. Diagramm gebunden wurden. Außerdem müssen Sie die zusätzlichen Marken im Post-Pool aktivieren, da diese sonst nicht mitberechnet werden. Nachdem alle Haken gesetzt wurden, berechnen Sie den Report erneut. Der aktuelle Report besteht nun aus drei Seiten. Auf der ersten Seite befindet sich, wie eben, die Berechnung der ersten Markengruppe. Auf den beiden folgenden Seiten befinden sich die Ergebnisse der zweiten und dritten Markengruppe. Die Report-Vorlage wurde also für alle Markengruppen als neue Seite wiederholt. In derselben Weise können Sie das Template für Filter oder Analysen wiederholen. Setzen Sie dafür an den entsprechenden Stellen in den Properties des Report Destination Elements vor der Berechnung einen Haken. Außerdem müssen Sie nun bei den Filtern und Analyse-Elementen in den Pools einen Haken setzen, damit diese auch mit dem neuen Report berechnet werden können. Der nun berechnete Report besteht aus zwölf Seiten. Auf den ersten beiden Seiten werden die Berechnung beider Analysen der ersten Markengruppe mit dem ersten Filter-Element dargestellt. Auf den nächsten beiden Seiten werden dieselben Analysen derselben Marke mit dem zweiten Element im Filterpool dargestellt. Dieser Ablauf wird auf den folgenden Seiten des Reports für die zweite Markengruppe und anschließend für die dritte Markengruppe wiederholt. So können Sie einen bestehenden Report um zusätzliche Berechnungen erweitern und müssen dabei nicht alle Bindungspfade einzeln neu erstellen. Damit haben Sie eine komfortable und schnelle Möglichkeit, einen bestehenden Report um Wiederholungsmessungen oder zusätzliche Analysen und Filter zu erweitern.